Mein Name ist Tobias Klein und ich arbeite für Alstom in Mannheim als Engineering Manager. Alstom war für mich eine interessante Firma, die mit letztlich komplexen digitalen Systemen arbeitet auf dem Fahrzeug. Und das war für mich sehr interessant als Informatiker. Ich habe mich für Alstom entschieden, weil Alstom nicht nur interessante technische Systeme entwickelt, sondern auch international arbeitet und gerade diese internationale Zusammenarbeit und das internationale Umfeld hat mich total begeistert. Ich denke für Bewerber ist Alstom interessant, weil der Markt total im Wachsen ist, speziell auch in Europa und Deutschland. Und gerade das Thema Digitalisierung ist für uns total wichtig. Wir sind an vorderster Front mit dabei mit unseren Systemen, die wir nutzen, um letztlich Schienenverkehr mehr zu digitalisieren. Ich darf dich einladen, zu uns zu Alstom zu kommen, um die Mobilität von morgen zu gestalten.